Im dreitägigen Online-Seminar Microsoft 365 Administration erhalten Systemadmins das nötige Wissen, um Microsoft 365 sicher zu verwalten. Der Kurs bietet einen umfassenden Überblick über Best Practices zu den verschiedenen Services und deren Zusammenspiel. Hier werden die unterschiedlichen Admin-Center innerhalb des Microsoft 365 Portfolios anhand praktischer Beispiele ausführlich besprochen. Besonderer Fokus liegt auf den Unterschieden zwischen hybriden Aufbauten und Cloud-Only-Strukturen. Die Anbindung lokaler Ressourcen in die Microsoft 365 Cloud wird ebenfalls detailliert behandelt. Der Workshop bietet Unterstützung zur Härtung bestehender Strukturen, Fragen der Lizenzierung und zur Konformität von Microsoft 365 im Rahmen der DSGVO. Während des Workshops stehen eine Microsoft Intune Test Lizenz und eine virtuelle Maschine in Microsoft Azure zur Verfügung. Alternativ können eigene Microsoft 365 Umgebungen genutzt werden. Nach Abschluss des Workshops erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.